Snowskate Season Opening auf dem Olympiaberg in München. Das ist mein erster Snowskate Tag in diesem Winter 2022 auf dem 60 Meter hohen Olympiaberg in München mit einer Abfahrtslänge von 200 Metern. So zum Einfahren ist es okay und dafür reicht es und es macht Spaß. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Snowskating Olympiaberg. Season Opening 2022, 2023. Schön war's. Das war der Olympiaberg, eine 60 Meter hohe Erhebung. Das ist eigentlich ein Müllberg aus dem Zweiten Weltkrieg. Da wurde der ganze Abraumschutt zusammengetragen. Die Piste ist ungefähr 200, 250 Meter lang. Das ist ein etwas größerer Schlittenhügel. Aber dafür, dass man auch in der Stadt Snowskaten kann, ist es ganz cool.